Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 3,5 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, die kleine rote Regenhose kam in einer Plastiktüte verpackt an. Prima beim Auspacken, sie ist schön leicht und riecht nach nichts. Von der Verarbeitung her kann man auch nicht meckern. Weder in Stoff, in Nähten, in Trägern oder Gummizügen sind Fehler zu entdecken. Sie ist aus 100% Polyester und man kann sie bei 40 Grad in der Maschine waschen und auf der Leine hängen trocknen. Praktisch und gut ist auch noch der reflektierende Streifen am Bein und die Schlaufe hinten, an der man sie nach dem Tragen prima schnell mal zum Abtropfen und Säubern aufhängen kann. Nutzt man sie z. B. im Kindergarten kann man noch den Namen hinten auf dem Schild einschreiben. Und man hat unten noch Gummizüge am Beinsaum. Wohnzise bedeutet, dass man sie teilweise noch verstellen kann an den Trägern und zwei Druckknöpfen an der Taille. Die Länge der Hosenbeine allerdings nicht. Beinlänge der Hose ca. 27 cm, vom Bund nach unten außen ca. 47 cm. Umfang komplett etwa 66 cm, geknöpft etwa 44 cm. Die Länge der Träger kann man variieren zwischen 40 cm und kleiner nach Bedarf. Allerdings kann man darunter keine Gummistiefel anziehen und auch nicht darüber, durch die angenähten kurzen Füßlinge. Schuhe gehen gut. Der kleinen Trägerin im Alter von 19 Monaten und Größe 86 passt sie gut und sie wird hauptsächlich genutzt, wenn es mit der Sportkarre zum Kindergarten geht und zurück, wenn schlechtes Wetter ist. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.